Das Hotel Garden liegt in Garda in Gardasee. Das Hotel Garden ist sehr beliebt unter den Gästen. 94% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 66 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,4 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,6 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,5 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5,1 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.